Musik Wir starten unsere Wanderung direkt aus unserem Apartment in der Dorfmitte von Ehrwald. Von Ehrwald aus geht es dann direkt zur Ehrwalder Alm und die ersten 400 Höhenmeter sind bereits geschafft. Von der Ehrwalder Alm geht es dann weiter zur deutsch-österreichischen Grenze, dem Gathal. Vom Gathal aus geht es im alpinen Bereich endlich Richtung Knorrhütte. Die Hälfte des Weges ist geschafft. Von der Knorrhütte aus geht es weiter zu Sonnalpin. Von Sonnalpin natürlich weiter über das sagend umwobene Geröllfeld, den Klettersteig und dann zu dem Gipfelkreuz. Guten Morgen, jetzt geht es gleich auf die Zugspitze. Aktuell sind wir noch in Ehrwald, üben gerade noch mit der Kamera und machen gleich Pippi in die Hose. Genau. Hallo schön, guten Morgen. Ich und mein bester Freund Sascha sind gerade im Ehrwald. Laut. Heute ist mein Geburtstag. Sascha begleitet mich. Ich erfülle mir heute einen Traum oder auch einen Albtraum. Wie ihr seht, hinter uns die tolle Zugspitze, die werden wir jetzt heute besteigen zu Fuß. Wir haben uns den Weg über das Gathal von Österreich nach Deutschland ausgesucht. 14 Kilometer auf 2150 Höhenmeter. Die Zugspitze kompletter 2.962 Höhenmeter. Wir versuchen uns jetzt mal heute dran, ob wir es schaffen, wissen wir nicht. Was ist so laut hier? Wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir melden uns, wenn wir fertig sind und auf gutes Gelingen. Danke. Los geht's. Wir suchen noch den Weg. Die erste Stunde ist vorbei. Jetzt noch eine Stunde und dann sind wir am offiziellen Startpunkt. Die Ruhe vor dem Sturm. Es gibt jetzt schon Steine noch. Die Ruhe vor dem Sturm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Pippi fertig, weiter Pippi 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Und der Berg kommt näher. Bis zum nächsten Mal. 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 Sollte Unschuldigung Entschuldigung Okay. Das Gattal ist erreicht. So, und jetzt gehts von Österreich nach Deutschland. Angekommen. Bleib so stehen. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Falls wir es doch nicht mehr hochschaffen, die Wolldecken stehen bereit. Das heißt, wir es doch nicht mehr hochschaffen, die Wolldecken stehen bereit. Das heißt, wir müssen die Wolldecken stehen bereit. Bitteschön. 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ich bin jetzt hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wo ist das? 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 Wo ist das?